Ease your body Free your mind Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helle Taschenlampen at Night. Ich stelle heute die neue Eagle Tech SX25 L3 mit der brandneuen Kree MT-G2 P0 LED vor. Die SX25 L3 mit der MT-G2 LED bietet laut Hersteller maximal 2375 Einziglupen. Hier in der höchsten Leuchtstufe. Eine Stufe niedriger, noch eine Stufe niedriger und der Low Mode. Eine Stufe höher, noch eins höher und der High Mode mit 2375 Einziglupen. Die SX25 L3 mit der Ecke wurde in der Jollung Neuvel. Die SX25 L3 bei der Ecke wurde in der Zwischenzeitslinieanter. Hier in der Zwischenzeitslinie outbreak war, wo er auch mit dem Aufbau der Tandiknöverlusten. Der Zwischenzeitslinie der Zischenzeitslinie war die Zischenzeitslinien, die Zischenzeitungen der Zischenzeitslinie war die Zischenzeitung. Die Zischeinie war die Zischenzeitslinie. Die Zischenzeitslinie war die Zischenzeitslinie still in der Hölle des W Debohmsens Kräferesniefelten. Vielen Dank. Hier noch einmal alle Modi im Vergleich. Der High-Mode, eine Stufe niedriger, noch eins niedriger und der Low-Mode. Einziger, noch eine Stufe höher und wieder der High-Mode bei 2375 Einziger. Einziger, noch eine Stufe höher und wieder der High-Mode. Einziger, noch eine Stufe höher und wieder der High-Mode. Einziger, noch eine Stufe höher und wieder der High-Mode. Einziger, noch eine Stufe höher und wieder der High-Mode. Einziger, noch eine Stufe höher.